Ja, Mufe! Jetzt wird er auch fotografieren. So, am Start finden sich die Landwirte ein. Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich um teilweise Rally-Fahrzeuge und teilweise Stockhard-Fahrzeuge. Wir haben die PS-Zahlen angefangen von 150 und das gehört zu den grünen Audi. Der gelbe Landwirte, in Italien stehen wir mit der Nr. 20, verfügt sogar über 280 PS und ist auch derzeit am Virenloch Stöckern ein superklasse deutscher Meister. Die Rally-Fahrzeuge werden bei der Nr. 20, vor der 21, vor der 21. Jetzt fahrt noch mal gleich. Ja, komm. Gib Gas, gib weiter. Das ist eine Fotografie. Ja, meine werte Damen und Herren, in der Weltweite ist mein Abbau, in der Weltweite ist ja nicht hier in der Weltweite, statt herz. Über 280 PS, in der Höhe bringt sie auch zu sehr gut auf der Bahn. Das ist ein großer Wunder. Das steht aber gut jetzt. Reicht? Der Wurst bleibt nicht da. Das ist ein Wunder. Ich hab Zeit nicht zum Wurzeln. Ich hab Zeit nicht zum Wurzeln. Da ist nur eine Fahrt. Nur der Wurst ist ein Wurzeln. Auf einmal werden die Fahrt. Auf einmal ihre Fahrt. Auf einmal habe ich die Fahrt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.